Hallo Freunde, ein ganz schnelles Hallo von mir. Ich muss nämlich gerade noch kurz mein Portemonnaie holen und dann bin ich ready to go, bzw. wir sind ready to go, weil Tim und ich, wir werden jetzt unseren Wocheneinkauf machen und ich werde euch ein bisschen mitnehmen, habe euch ein bisschen zeigen, was wir so kaufen und dann setzen wir uns an die Seminararbeit, an meine Präsentation, hier ist auch noch von gestern alles aufgebaut, mein Laptop und so weiter, meine Schminksachen stehen jetzt auch gerade noch da, muss ich noch wegräumen und es wird auch noch ein paar Updates zur Wohnung geben, aber dazu dann später mehr, jetzt auf jeden Fall erstmal einkaufen und ich melde mich dann später wieder. So, wir sind zurück vom Einkaufen und ich befinde mich jetzt an meinem Schreibtisch. Ich bin übrigens immer noch erkältet und ich habe das Gefühl, dass gerade so diese Hochzeit ist, also ich hatte die ganze Zeit eigentlich eher so, also mehr so Schnupfen und Timo war schon ganz gut krank, würde ich mal behaupten, mit seiner Ohrenentzündung und ja, irgendwie ist das jetzt bei mir erst so richtig angekommen und deswegen bin ich ein bisschen so am, na so hochziehen und so. Also, I'm sorry, aber unnötige Informationen zu Ende. Wir waren ja einkaufen, hat alles gut geklappt, wir waren danach noch kurz bei meinen Eltern, weil ich noch was abgeholt habe für mein Schminkzeug, da habe ich nämlich meine Pinsel noch so organisiert. Wir sind nämlich jetzt finally fast fertig mit dem Büro, also es fehlen jetzt nur noch so Wandregale. Die haben wir auch schon, die werden wir dann noch anbringen, aber es haben wir jetzt heute nicht mehr geschafft. Ich weiß auch nicht, ob wir das morgen schaffen, vielleicht machen wir das erst am Wochenende. Mal schauen, ist auch egal, aber wir sind soweit schon mal wirklich fertig, dass alles jetzt strukturiert ist, organisiert ist, abgeheftet ist und ja, jetzt kommen halt nur noch so ein bisschen Kleinigkeiten und Feinschliff. Und ich dachte mir, weil ich ein bisschen prokrastinieren möchte, um nicht die Präsentation meiner Seminararbeit weiterzumachen, werde ich euch nochmal ein kleines Update geben. Jetzt zu meinem Schreibtisch bzw. unserem Büro, wie wir das jetzt alles hier gemacht haben. Und Freunde, by the way, wie ihr sehen könnt, habe ich hier so Lockenwellen. Ich habe die einfach mit diesem Socken, nee, Locken mit Socken Hack gemacht, keine Ahnung, also dass man über Nacht die Haare, die Haarsträhnen um so Socken wickelt. Dazu gibt es wirklich tausende Anleitungen auf YouTube und bestimmt auch auf TikTok und keine Ahnung was. Also da werdet ihr fündig. Es ist super einfach und ich bin impressed, wie gut die sind. Also ich habe die in der Nacht von, ich muss jetzt mal gerade überlegen, von Sonntag auf Montag gemacht. Genau, gestern Morgen habe ich die quasi aufgemacht und heute ist ja Dienstag und die sehen immer noch mega, mega gut aus. Und ich finde es richtig schön. Jetzt haben sie sich so ein bisschen ausgehangen. Gestern waren die schon relativ stark. Ich würde nächstes Mal, glaube ich, weniger Strähnen machen. Aber I like it. I like it a lot. Und ich habe ein Quad-Hemd mir gekauft. Finde ich auch richtig cool. Früher als Kind war das ja mal trendy. Also als ich Kind war, war das mal trendy. Und da hatte ich wenige Quad-Hosen, weil ich das überhaupt nicht mochte. Aber irgendwie finde ich dieses Quad-Hemd richtig schön. Das ist von C&A. Und ja, es ist total, ich weiß nicht, ich finde es total herbstlich und mir gefällt es sehr gut. Okay, soviel dazu. Jetzt kommen wir zum Schreibtisch. Und ich glaube, ich stehe einmal kurz auf und drehe das Mikrofon, damit ihr mich dann auch gut hören könnt mit meiner Schniefnase. Aber ja, eine Sekunde. Also das ist jetzt der Blick, den man quasi hat, wenn man vor dem Büro steht. Ja, da hat sich jetzt quasi nicht sonderlich viel verändert. Aber es ist jetzt wirklich alles mal sortiert. Also hier ist dann Timos Zocker-Bereich. Hier haben wir noch ein Bild oder drei Bilder von uns. Ich weiß gar nicht, ob die letztes Mal schon gehangen haben. Und dann haben wir jetzt hier dieses Billigregal. Das habe ich ein bisschen umsortiert. Und ich glaube, ich mache mal kurz Licht an, damit das ein bisschen heller ist. Genau. Habe ich alles ein bisschen umsortiert. Da oben sind jetzt meine ganzen Jura-Bücher, damit ich das so ein bisschen auf Augenhöhe habe und einfach besser sehen kann. Meine Karteikarten. Und dann kommen hier meine Gesetzestexte, beziehungsweise auch Kommentare. Und da sind meine ganzen Zeitschriften drin. Und ich denke mal, dass wir hier dann noch die Größen ein bisschen verstellen werden. Schauen wir mal. Dieses Regal ist jetzt quasi noch so ein bisschen provisorisch. Nicht Regal, sondern hier die Reihe hier. Ist jetzt noch ein bisschen provisorisch. Das Bild werde ich dann wahrscheinlich woanders hinstellen. Und da sind dann diese Wandregale drin. Das sind so drei Stück in verschiedenen Größen. Und da werden dann zwei hier hinkommen an die Seite, damit das dann quasi für meinen Video-Huntergrund ist. Und eins werden wir dann hier über Timos Schreibtisch machen. Und da kommen unsere ganzen Schottgläser drauf. Weil nach jeder Reise bringen wir immer ein Schottglas mit. Und genau. Deswegen kommen die dann da hin. Hier unten haben wir meine ganzen Rap-Sachen. Also die ganzen Unterlagen aus dem Rap noch. Und Lernzettel und so weiter. Und ganz da unten sind dann andere Bücher. Und ja. Ein bisschen Krimskrams. Und ich denke mal, dass ich das Regalbrett dann auch ein Stück nach runter mache. Damit das einfach nicht so ein großer Spalt ist. Genau. Dann haben wir hier meinen Mülleimer. Relativ unspektakulär, würde ich mal behaupten. Und dann hat Timo jetzt hier so eine Steckerleiste angebracht. Und ja, daher so schön unten dann verbaut quasi. Und die ist dann dahinter. Dahinter. Und da kann ich dann zum Beispiel mein iPad-Ladekabel oder so reinmachen. So kann man es vielleicht besser sehen. Da hinten ist jetzt die Steckerleiste. Und dann ist jetzt hier mein Zeug quasi organisiert. Hier sind meine Blöcke drin. Und dann haben wir hier noch so ein paar Ordner. Da oben auch noch ein paar leere Ordner. Hier ist jetzt meine ganze Schminkzeug. Ein ganzes Schminkzeug. Und da hinten könnt ihr vielleicht sehen, habe ich jetzt meine Pinsel. Schön gestapelt. Das sind alles so für Augen-Make-Up-Pinsel. Genau. Und dann so mein Daily-Zeug. Das ist ja jetzt nichts Neues mehr. Dann haben wir einfach meinen Schreibtisch hier. Da hat sich auch nicht viel verändert. Das ist jetzt auch gerade ein bisschen chaotisch. Und hier habe ich noch mal ein bisschen umstrukturiert. Hier unten sind jetzt meine Schönfelder-Taschen drin für unterwegs. Hier sind Timos und meine wichtigen Ordner. Und hier hat sich auch nicht viel verändert. Da ist so mein alltägliches Zeug, was ich so am häufigsten benutze. Hier drunter ist jetzt meine restliche Schminke. Hoppala. Habe ich jetzt hier alles einsortiert mit Paletten und Puder und so. Hier sind meine ganzen Lippenstifte, Labellos, Lip Liner, Glosse. Und hier ist alles, was so mit Augen, sage ich mal, zu tun hat. Also Kajal, Eyeliner oder so, Lidschattenstifte, Augenbrauenzeug, Wimperntusche. Und da hinten ist noch mein Augenbrauenzeug. Und hier ist nach wie vor meine Elektronik-Ecke. Da habe ich jetzt auch so Handyhüllen und so drin. Bisschen vollgestopft. Und hier drunter sind jetzt meine anderen, sage ich mal, ja, sind eigentlich nicht Elektronik-Sachen, aber sind halt für meine Elektronik-Sachen. Einfach so Schutzhüllen und so. Genau. Das haben wir jetzt alles hier drin gelagert. Und jetzt ist es auf jeden Fall deutlich angenehmer. Vor allen Dingen, weil jetzt hier nicht mehr irgendwie alles zusteht. Das ist wirklich sehr praktisch. Und ja, so an sich sind wir quasi jetzt hier auf jeden Fall fertig. Wie gesagt, kommen dann nur noch so ein paar Kleinigkeiten. Die Blumen, die da oben stehen, die Fake-Blumen, dieser Blumenstrauß, der wird dann auch wegkommen. Und das war soweit. Nochmal ein Update zu unserem Büro. Jetzt aber, meine lieben Freunde, werde ich mich der Präsentation meiner Seminararbeit widmen. Vielleicht wisst ihr es ja noch aus meinem, ich meine, das war der letzte Vlog. Da habe ich euch in meiner sehr stressigen Woche mitgenommen, wo ich meine Seminararbeit zu Ende geschrieben habe, die ja für meinen Schwerpunkt ist, also eine Leistung für den Schwerpunkt. Und die habe ich abgegeben am 16. September. Und man muss Seminararbeiten immer noch mündlich präsentieren. Und bei uns ist es so, dass die Seminarleiter entschieden haben, dass wir die Präsentation online machen über Microsoft Teams, heißt es, glaube ich. Und ich bin ehrlich gesagt ziemlich aufgeregt deswegen, weil ich habe Microsoft Teams noch nie benutzt. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Und ich habe sehr Angst, dass da irgendwas schief gehen könnte. Nach der Zuge ist es jetzt ein bisschen blöd mit meiner Erkältung, weil ich habe auch ein bisschen Angst, dass sie halt jetzt noch schlimmer wird, dass man mich dann nicht gut verstehen kann oder ich halt nicht so lange am Stück reden kann oder meine Nase läuft und ich dann die ganze Zeit so rumschniefe. Das wäre irgendwie semi-geil. Aber ja, ich hoffe einfach, dass das irgendwie funktioniert. Timo hat mir auch noch mal ein paar Erkältungssachen geholt. Nachdem wir einkaufen waren, war er nämlich noch mal unterwegs. Und ja, hat noch so ein paar Erkältungssachen geholt und so Lutschbomons und ja, all so ein Kram halt. Ich hoffe, dass das Wirkung zeigen wird. Und jetzt, wie gesagt, muss ich die Präsentation noch machen. Ich habe auch schon angefangen und habe das so gemacht, dass ich meine Seminararbeit einmal auf meinem Laptop, hatte ich die als PDF auch gespeichert. Und da bin ich quasi mit diesem Markierungstool einfach mal durchgegangen und habe so meinen Text markiert mit unterschiedlichen Farben und habe das quasi so aufgegliedert nach, was möchte ich auf die Präsentation machen, was wäre vielleicht eher ein Stichpunkt, den ich so sagen würde oder vielleicht auf eine Karteikarte machen würde. Das ist nämlich noch der nächste Punkt. Ich weiß nicht genau, wie sich die Seminarleiter das dann vorstellen mit der Präsentation. Also ob wir einfach halt unseren Bildschirm teilen und dann einfach sitzen und das zeigen oder ob wir uns trotzdem hinstellen sollen. Das ist so ein bisschen tricky und ja, das macht mir so ein bisschen Angst. In der Situation bin ich vielleicht schon so ein bisschen ein Kontrollfreak, weil es mir schwer fällt, wenn ich nicht weiß, wie das so abläuft und wie das so gemacht wird. Und ja, ich halt nicht so richtig die, wie sagt man, nicht, ja, also eigentlich keine Einwirkung darauf habe. Da fällt mir das immer so ein bisschen schwer, das ruhig anzugehen. Also ich weiß nicht, ob man dazu schon Kontrollfreak sagen könnte, aber das ist definitiv ein Problem meiner Wenigkeit. Genau, aber ich bin, wie gesagt, meine Seminararbeit durchgegangen und habe mir so Passagen markiert, je nachdem, ob ich die halt, wie gesagt, für meine Präsentation nutzen will oder ob ich das halt einfach so sagen möchte. Und ja, habe mir dann einfach nochmal so ein bisschen selbst mich wieder in mein Thema eingelesen. Und dann habe ich, das habe ich aber schon am Wochenende gemacht, ich glaube am Samstag war das, habe ich die Seminararbeiten von den anderen Seminarteilnehmenden gelesen. Wir sind insgesamt sechs Stück und die Seminarleiter haben entschieden, dass wir die Präsentation an zwei Tagen machen. Jetzt am Donnerstag und am Freitag jeweils von 9 bis 12 Uhr bin ich sehr erleichtert drüber, weil Timo hat am Freitag auch noch Geburtstag und das wäre halt echt blöd gewesen, wenn das irgendwie so ein ganzer Tag gewesen wäre, von, keine Ahnung, 9 bis 15, 16 Uhr oder so und ich dann mehr oder weniger seinen Geburtstag so ein bisschen verpasst hätte. Deswegen bin ich ganz froh, dass das halt so aufgeteilt wurde. Und an sich finde ich online auch nicht so schlimm, gerade jetzt, wie gesagt, unter dem Aspekt, dass ich ein bisschen am Kränkeln bin, ist das, glaube ich, ganz gut, wenn ich dann nicht vor anderen in einem Raum stehe und dann da rumhuste und meine Bakterien oder Viren verteile. Genau, that's it. Das ist mal so die grobe Zusammenfassung. Ich werde jetzt, wie gesagt, weitermachen mit der Präsentation. Ich benutze dafür ganz normal PowerPoint, das haben wir ja auch über die Uni und ich versuche tatsächlich so ein bisschen zu schauen, dass ich auch was Grafisches einbaue. Mein Thema für die Seminararbeit sind ja oder war ja die Mengengrenzen im Betäubungsmittelgesetz und da gibt es dann halt für die verschiedenen Betäubungsmittel auch Grenzwerte und das könnte man halt eigentlich ganz schön darstellen, irgendwie vielleicht mit so einem Säulendiagramm. Ich muss mal schauen, vielleicht mache ich das auch nur tabellarisch. Ich habe auf jeden Fall für meine Einführung quasi, um so ein bisschen so einen Einstieg in das Thema zu geben, habe ich so eine Übersicht, also so ein Kreisdiagramm genommen vom Zoll. Die haben da so eine Statistik aufgestellt, wie viele Betäubungsmittel letztes Jahr vom Zoll eben sichergestellt wurden und das habe ich schon mal dargestellt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich euch das zeigen kann, weil das ja nicht meine eigene Quelle ist und ich will da jetzt keinen Ärger bekommen, aber ja, ich habe das quasi einfach nochmal selber erstellt mit ein paar schöneren Farben. Falls euch das interessiert, dann könnt ihr das einfach beim Zoll online nachlesen. Es sind auf jeden Fall ziemlich viele. Allein Kokain waren 21.549 Kilogramm, also ist eine ordentliche Menge, würde ich sagen. Aber jetzt quatsche ich nicht weiter, weil ich verliere immer mehr Zeit. Es wird auch gerade schon wieder total dunkel. Es ist halt Herbst, was soll ich euch sagen. Genau, und jetzt mache ich erstmal weiter mit der Präsentation und schaue mal, wie gut ich hier vorankomme. Eigentlich wollte ich schon längst fertig sein, aber na gut. Es läuft nicht immer nach Plan im Leben, das ist halt dann auch mal so. Hallo, ich habe eben gerade ein Nap gemacht, nachdem ich ein paar Fragen auf Instagram beantwortet habe. Ich habe da nämlich so ein kleines Q&A gemacht. Falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, dann macht das auf jeden Fall. Ich heiße dort genau wie hier einfach Law Student Saskia und da gibt es ein bisschen täglicheren Content von mir. Und wie gesagt, hin und wieder auch mal ein Q&A oder sonst irgendwas. Also falls ihr ein bisschen mehr mit mir in Kontakt stehen wollt, dann könnt ihr das gerne über Instagram machen. Und danach war ich wirklich so krass müde. Meine Augen sind auch so trocken irgendwie. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber immer wenn ich so erkältet bin oder so, dann habe ich echt schnell so trockene Augen. Und mit der ganzen Bildschirmzeit wird das natürlich noch verschlimmert. Und da habe ich mir gerade mal ein Nap gegönnt von 20 Minuten hier auf dem Sofa. Und ja, irgendwie hat sich das Wetter jetzt komplett umentschieden. Ja, es war die ganze Zeit irgendwie sonnig, aber jetzt ist es irgendwie ein bisschen bewölkt. Und es wirkt so richtig dunkel jetzt hier auch. Aber Freunde, ich muss jetzt gleich wieder weitermachen für die Seminararbeit. Ich habe wirklich gar keinen Bock. Und eigentlich wollte ich euch jetzt noch ein kleines Wohnungsupdate geben, ein weiteres und euch unseren Flur zeigen. Aber Freunde, es ist so dunkel. Es ist heute jetzt nicht mehr so schönes Tageslicht. Machen wir das einfach trotzdem. Ich kann euch das ja zur Not auch morgen nochmal zeigen oder so. Aber ich glaube, ich zeige es euch jetzt einfach trotzdem. Es ist mir jetzt egal. Ich mache einfach das Licht an und dann wird das schon passen. Weil ich einfach alles tue, um mich jetzt vor dieser Seminararbeit schon wieder zu drücken. Ich verstehe auch nicht, warum, ne? Ich verstehe nicht, warum ich so bin irgendwie. Das ist ganz schlimm in letzter Zeit, dass ich Sachen so aufschiebe und so. Das ist eigentlich gar nicht typisch für mich. Und ich mag ja mein Seminararbeitsthema sogar. Ja, okay, egal. Ich zeige euch das jetzt einfach. Ich gebe euch noch ein Wohnungsupdate, weil wir lieben das. Ne? Mach ich. Also ich habe jetzt einfach mal das Licht im Flur angemacht und hoffe, dass das dann so in Ordnung ist. Und zwar sind wir jetzt ja gerade noch im Wohnzimmer. Und wenn man da so rausschaut, dann seht ihr schon direkt unsere Bilderwand von unserer Paris-Reise. Ich liebe es. Das Bild da oben, das ist von Desenio. Das habe ich nicht selber gemacht, aber selbst gekauft. Das ist also keine Werbung oder so. Genau, und hier unten sind dann unsere Bilder von Paris und aus dem Disneyland. Und ich finde das voll schön, weil das eben schwarze Bilderrahmen sind. Und wenn wir uns jetzt hier nach rechts drehen. Dann haben wir hier unser Regal. Wir haben nämlich versucht, im Flur auch so ein paar schwarze Akzente zu setzen zu unserem Boho-Stil. Dadurch, dass wir eigentlich eher alles so in Holz und Weiß eingerichtet haben. Und dann haben wir jetzt hier so ein Metallregal stehen. Und ich finde das ziemlich fancy, muss ich sagen. Genau, und dann haben wir hier einfach so eine schöne, suite Lichterkette. Hier unten sind meine ganzen Schals und so Tücher und so weiter. Und unsere Fake-Pflanzen. Hier steht jetzt mein Dino. Dann unsere Tafel. Und wie gesagt, meine Tücher. Und daneben, das kennt ihr ja schon, unser Sideboard. Das hat jetzt ein bisschen Deko abbekommen. Wir haben hier einmal so eine Laterne oder Laternen gestellt. Das ist von Ikea. Und da ist so eine Fake-Kerze drin. Und diese zwei Kerzen... Nennen wir das Kerzenstinder? Kerzenhalter? I don't know. Die sind von Teddy. Und ich glaube, ich werde dann auch noch so Fake-Teelichter holen. Weil ich finde es ganz schön, das halt dann abends anzumachen. Aber ich möchte nicht hier so Kerzen anhaben. Also Feuer. Und dann irgendwie im Wohnzimmer sein oder so. Da ist es. Deswegen werde ich wahrscheinlich dann da auch noch welche holen. Genau. Dann haben wir hier weitere Fake-Pflanzen. Unser Duftteil da. Und hier haben wir ein bisschen Herbstdeko. Die ist tatsächlich auch von Teddy. Ich finde es total sweet, vor allem diesen Igel. Ansonsten hat sich jetzt hier auch wirklich nichts großartig mehr verändert. Glaube ich zumindest. Aber ich finde unser Flur sieht jetzt auch schon richtig schön aus. Mal gucken, ob wir vielleicht neben den Spiegel noch ein Bild machen oder so. I don't know. Ich will es auch nicht zu überladen haben. Aber ja, ich finde das voll schön. Wenn man jetzt immer so hier reinkommt und dann sieht man das so. Ich finde das richtig pretty. Und ich glaube, ich würde hier dann noch irgendwie eine Pflanze hinstellen. Oder so eine große Vase mit dann so Pampasgras oder irgendwie sowas. Ihr könnt mir auch gerne mal schreiben, wenn ihr Ideen habt. Ich bin da auch immer dankbar für ein bisschen Inspo. Weil dann könnte man den Raum dazwischen noch nutzen. Und ich glaube, so eine schöne große Vase oder eine schöne Pflanze, das würde eigentlich ganz cool aussehen. Aber wie gesagt, ihr könnt mir gerne mal Inspiration und Vorschläge in die Kommentare hauen. Es ist einfach erst kurz nach vier und ich frage mich, warum es schon so dunkel ist. Was soll das? Aber ich habe mir nochmal eine Tasse Tee gemacht und jetzt werde ich nochmal ein bisschen weitermachen. Ich bin irgendwie ganz schön platt, muss ich sagen. Ich glaube, ich schaue mir meine Präsentation erst nochmal an. Vielleicht lese ich dann nochmal die anderen Seminararbeiten. Obwohl, nee, das werde ich eigentlich morgen machen. Zumindest das Fazit von den ganzen Seminararbeiten wollte ich mir morgen nochmal durchlesen. Aber ich glaube, ich muss mir mal recht anmachen, dass das irgendwie... Okay, sorry. Das war jetzt, glaube ich, ein bisschen ein unschöner Effekt. Aber ja, sonst ist es ja irgendwie richtig dunkel dann. I don't know. Aber Freunde, jetzt, jetzt geht es los. Jetzt mache ich weiter. Feierabend, Freunde, Licht aus und wir gehen in die Küche. Es ist ja nur ganz wenig dunkel. So, wir steppen in die Küche, Freunde. In der Küche gibt es, glaube ich, auch keine Updates. Aber ich dachte mir, es gibt ja scheinbar wieder so einen Trend, der mittlerweile auch bei mir angekommen ist. Und der nennt sich Zitronennudeln oder Zitronenpasta oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall habe ich es gesehen und dachte mir, das kann entweder richtig, richtig lecker sein oder richtig, richtig eklig. Und ich bin eine Person, die sehr gerne den Geschmack von Zitronen mag und generell auch saure Süßigkeiten und so Zeug. Deswegen probieren wir das jetzt einfach mal. Und ich nehme euch ein bisschen mit. So, ich habe jetzt mal diesen Weißabgleich oder was das ist angemacht. Auf jeden Fall, Freunde, brauchen wir einfach Nudeln, Zitrone, Pflanzenmilch, eine Zwiebel und Knoblauch. Ich muss hier mal den Ofen zumachen, weil der stürbt mich ein bisschen. Und eigentlich scheint das ganz einfach zu sein. Ich mache jetzt hier mal mein Nudelwasser an. Eigentlich, man soll 225 Gramm Nudeln nehmen. Ich werde jetzt einen Scheiß tun und meine Nudeln abwiegen. Ich habe hier so eine angefangene 1 Kilo Penne-Packung. Ich glaube, normalerweise nimmt man dann auch Spaghetti, aber Nudeln sind Nudeln, oder? Ich werde jetzt vielleicht mal so die Hälfte noch von reinkippen. Keine Ahnung, wie viel hier noch drin ist. Ich weiß nicht, wir probieren das Ganze. Und ich benutze das Rezept von Ella Vegan. Also ich habe einfach bei Google eingegeben, Zitronenpasta vegan. Ich weiß jetzt nicht, ob das so original ist oder ob das jetzt voll abgewandelt ist. Keine Ahnung, in dem Rezept macht sie noch Babyspinat rein, aber da habe ich keinen Bock drauf. Und habe ich auch nicht hier. Deswegen machen wir das jetzt einfach mal so. Und scheinbar muss man erstmal die Nudeln kochen. Dann kann man in der Zwischenzeit Olivenöl in einer großen Pfanne erhitzen. Zwiebeln hinzu, Knoblauch hinzu, Zitronenabrieb hinzu. Da stellt sich ja die erste Herausforderung. Ich habe ja gar nicht so eine Reibe. Ach lol, die nehmen einfach so einen Schäler. So einen haben wir auch, den ist bei einer Spülmaschine. Da habe ich nämlich gestern noch Gurken mit geschält, um noch zu faul, das sauber zu machen. Dann wasche ich die jetzt erstmal. Ja, viel Spaß, Freunde. Ja, viel Spaß, Freunde. Ja, viel Spaß, Freunde. Hallo, Freunde. Ich sehe tatsächlich ein bisschen blass aus und wahrscheinlich auch sehr müde. Ich bin auch sehr, sehr müde. Ich konnte leider letzte Nacht überhaupt nicht gut schlafen. Und ich habe gestern auch nicht mitgevloggt. Mir ging es gestern den ganzen Tag über nicht so gut. Und auch aufgrund der Erkältung, aber vor allen Dingen, weil ich echt richtig Schiss habe jetzt vor der Präsentation. Das Ding ist halt, ich habe sowieso bei mündlichen Prüfungen und Vorträgen und sowas immer mega Angst. Also das ist irgendwie so ein Ding, wo ich richtig Schiss vorhabe. Und meine letzte Präsentation, so wirklich mündlich, war halt einfach im Abitur, was ja mittlerweile auch schon sechs Jahre vorbei ist. Das ist, ja, richtig krass. Man merkt mal wieder, wie alt man ist. Und dementsprechend habe ich halt auch einfach die letzten Jahre nicht mehr so viel Übung darin sammeln können. Und ich habe wirklich richtig Angst, dass ich nicht frei genug spreche oder undeutlich spreche oder, ja, irgendwie, keine Ahnung, zu schnell spreche, die Zeit nicht einhalte. I don't know. Einfach, dass irgendwas schief geht. Ich hoffe natürlich, dass dem nicht so ist, aber ich habe richtig Schiss. Und ich weiß ja auch nicht so 100 Prozent, ob ich heute dran komme. Ich glaube schon, aber ich bin nicht richtig sicher. Und ich hoffe einfach, dass das jetzt alles gut läuft, dass ich möglichst frei sprechen kann. Ich habe leider ziemliches Halskratzen. Ich habe jetzt auch schon so eine Lutschpastille drin. Und habe hier ein paar Bonbons liegen und Wasser, damit ich, ja, versorgt bin. Und im Ernstfall, falls ich dann nicht irgendwie, keine Ahnung, falls ich total husten muss oder weiß ich nicht, dass ich dann einfach einen Schuck trinken kann und nicht mehr eine ganze Präsentation verhaue. Ich habe mich auch, ja, ich sage mal, recht ordentlich angezogen. Ich habe mal wieder eine Bluse ausgepackt, habe ich schon lange nicht mehr angezogen. Und ich habe tatsächlich auch eine Jeans an unter meiner Decke, weil ich irgendwie Angst hatte, dass wir doch uns hinstellen sollen. Und dann stehe ich so auf und habe nur eine Jogginghose an. Deswegen schauen wir mal, wie das jetzt so läuft. Ich bin wirklich ultra gespannt. Wir haben jetzt 20 vor 9, um 9 geht es los. Ja, ich bin mal wieder ein bisschen früher schon fertig, weil ich immer Angst habe, dass ich dann zu sowas zu spät komme oder so. Aber Themenwechsel, Freunde, ich bin positiv überrascht, wie gut diese Wellen halten. Also ich finde jedes Mal, wenn die sich ein bisschen mehr aushängen, sieht es noch schöner aus. Gefällt mir wirklich richtig gut und die Haare fühlen sich auch ganz normal, natürlich an. Es ist nicht irgendwie verknotet oder so. Man kann es gut durchkämmen und sieht danach nicht frizzig aus oder so. Ich bin aufgeregt. Ich bin so aufgeregt und ich will nicht. Ich will wirklich gar nicht. Nein, nein, nein. Ich habe es geschafft. Es ist vorbei. Freunde, Halleluja. Ich kann, wow, super Belichtung, einen Haken an meine erste Seminararbeit setzen. Ich bin sehr erleichtert und ich muss sagen, natürlich war es jetzt mal wieder nur halb so schlimm, wie ich mir das Ganze ausgemalt habe. Meine Präsentation lief an sich ganz gut. Gut, generell muss ich sagen, weil das wirklich, also wir haben ja morgen den Tag auch noch, wo die restlichen Seminarthemen oder Seminararbeiten dann präsentiert werden. Aber allgemein kann ich jetzt schon sagen, dass eine wirklich sehr angenehme und coole Lerngruppe, Seminargruppe ist. Die zwei Rechtsanwälte, die das Ganze leiten, sind sehr sympathisch, total locker und ja, machen das Ganze richtig cool, dass man sich auch einfach wohl fühlt und auf einer Ebene und nicht irgendwie eigentlich Angst haben muss. Und diese Angst liegt halt immer nur bei mir, in meiner Person, weil ich so mündliche Prüfungen einfach richtig, richtig schlimm finde. Aber egal, ich habe es geschafft. Es war ganz okay, würde ich sagen. Ich hoffe, dass es insoweit auch nachvollziehbar war alles. Und dass ich mit der Präsentation vielleicht nochmal ein bisschen punkten konnte, weil ich natürlich bei der Erstellung meiner Präsentation auch dann in meiner schriftlichen Seminar gemerkt habe, dass da doch ein paar Fehler waren, so im Satzbau oder so. Das war dann auch ein bisschen ärgerlich, aber ich hoffe einfach mal, dass es nicht zu stark gewichtet wird. Und leider, ich weiß nicht, ob das an dem Mac liegt, also an Apple, aber bei Microsoft Teams konnte ich, wenn ich meine PowerPoint-Präsentation dann geteilt habe und gestartet habe, dann gibt es ja diese Bildschirmpräsentation und dann kann man ja auswählen, von welcher Folie aus man starten will. Und wenn ich das gemacht habe und in diesen Modus der Bildschirmpräsentation gegangen bin, konnten die anderen einfach nicht sehen, wenn ich weitergegangen bin. Das heißt, ich musste PowerPoint einfach so nochmal geöffnet haben und dann jede Folie einzeln anklicken. Das hat mich sehr geärgert, weil ich mir super viel Mühe gegeben habe für die Effekte meiner PowerPoint-Präsentation und die hat man natürlich dann alle nicht mehr gesehen. Also diese ganzen Verblendungen und Einblendungen und was es da alles gibt, das hat mich ein bisschen geärgert, weil ich da eigentlich recht stolz drauf war. Aber gut, ist halt so. Und ja, ich hoffe einfach, dass das jetzt doch insoweit vielleicht ganz gut war. Und ja, bin sehr gespannt, was dann am Ende bei rauskommt. Ich weiß auch gar nicht, wann wir die Noten bekommen. Vielleicht sagen die dazu morgen nochmal was. Morgen werden dann die restlichen drei Seminarteilnehmenden einmal ihre Seminararbeiten vorstellen. Und dann ist das ganze Ding geschafft. Und ansonsten habe ich jetzt eigentlich auch nicht mehr viel zu berichten. Ja, es grenzt halt mich dann jetzt irgendwie doch ganz schön angestrengt und jetzt muss ich ja dann auch gleich zur Arbeit. Wir haben jetzt halb eins in der Stunde, muss ich los. Und ansonsten wird heute nicht mehr viel passieren. Morgen, wie gesagt, ist dann Teil zwei oder Tag zwei von dem Seminar. Aber dann kommen ja nur noch die anderen dran. Und außerdem hat Timo ja morgen Geburtstag. Und ich warte immer noch auf ein Geburtstagsgeschenk, das ankommen soll. Ich habe richtig Angst, dass es nicht mehr heute oder morgen ankommt. Und das wäre richtig, richtig kacke, Freunde. Ich habe nämlich extra früh bestellt und plötzlich hieß es so, ja, Liefereignpässe und dies und das und jenes. Und eigentlich ist die Bestellung schon versendet. Aber der Versandleiter, das Versandunternehmen, das glaube ich DPD ist, gibt mir einfach keine Aktualisierung. Seit vier Tagen. Nice. Egal, ich will das hier jetzt auch gar nicht weiter ausführen. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr diesen Vlog angeschaut habt, dass ihr mir alle ja auch Daumen gedrückt habt. Ich habe ja ganz viele Nachrichten bei Instagram bekommen. Das hat mich wirklich sehr, sehr, sehr gefreut. Und ich hoffe, dass das irgendwie unterhaltsam für euch war. I don't know. Ich kann euch auf jeden Fall mit auf den Weg geben, Freunde, dass so Präsentationen wirklich nichts Schlimmes sind. Und dass man immer dazu tendiert, viel mehr daraus zu machen, als es am Ende eigentlich ist. Und ja, man ist ja nicht alleine. Also es sind ja dann andere Studierende, die auch eine Präsentation halten müssen. Und von daher, macht euch da nicht so verrückt. Ich versuche das auch ab sofort mehr wieder zu beherzigen. Und ansonsten würde ich sagen, war es das mit dieser Anekdote zu diesem Vlog. Und ich werde mich ja jetzt einfach verabschieden. Ich habe aber noch eine kleine Frage. Und zwar werde ich ja ab nächster Woche dann wieder mit der Examsvorbereitung starten. Also Kapitel Schwerpunkt wird erstmal auf Eis gelegt quasi. Und ich werde mich wieder der Examsvorbereitung widmen. Denn natürlich werde ich euch dabei auch mitnehmen. Aber meine Frage ist, Freunde, soll ich nochmal irgendwie so ein allgemeines Video machen? In Form vielleicht von einem Q&A oder so, wo ich nochmal jetzt darauf eingehe, wie geht es jetzt weiter, was ist mein Plan, was werde ich machen? Also habt ihr irgendwie zu diesem Thema, ich sage jetzt mal Examsvorbereitung 2.0, noch Fragen? Falls ja, dann droppt sie oder sagt mir einfach Bescheid, ob ihr nochmal so ein Video wollt. Dann kann ich das natürlich auch sehr gerne für euch machen. Ansonsten, wenn ihr keinen YouTube-Account habt, ihr könnt mir natürlich gerne auch auf Instagram schreiben. Und damit hat sich es jetzt wirklich für diesen Vlog. Ich wünsche dir wie immer noch einen wunderwunderschönen Abend, einen wunderwunderschönen Morgen oder einen wunderwunderschönen Tag, wo auch immer du dieses Video siehst. Bleib gesund, pass auf dich auf und dann sehen wir uns nächsten Sonntag wieder. Tschüss! Tschüss!